Freunde, der Stream von Marius ist live. Stripe mal hoch, dann kommt ihr dahin oder guckt auf meinem... Hey! Guckt auf meinem Twitch. Das ist Cringe, Devin, das ist Cringe. Ja, ja, schritt mal lieber Fall Guys Bro. Digga, was geht hier für ein Film, Alter? Alter, wir haben jetzt gleich sieben Stunden... Ich glaube, es sind halt echt so... Fritz haut kurz einen kleinen Freestyle-Rap raus. Ich Freestyle-Rap? Okay, Danny hat einen kleinen Schniedel. Er ist wieder in meinem Mund, yeah. Scheiße, ich weiß nicht den Text mehr. Äh, Kevin, dazu Statement. Wozu? Dass wir alle eher verreift sind. Da war der Mic Drop! Da war der Mic Drop! Oha, ich dachte, du hast es. Freunde, ich weiß nicht, was gerade hier passiert, aber alle drehen gerade durch. Junge! Okay, Danny wird jetzt von der Erhöhung springen. Danny! Danny! Digga, der wird sich so in den Kopf stoßen und ich werde dafür verantwortlich sein. Aber wenigstens habe ich eine gute Insta-Story. Digga, das ist wirklich wie so ein Twitch- und YouTuber-Spielplatz. Einfach, was ist das, Digga? Was macht der Mann? Oh, jetzt, 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 jetzt! Let's go! Haha! Haha! Ich ro fans. Leute wilderness. 右 Ausني, dennoch kommt da auf. Und dann, wenn ihr d Destroyer sch Adress versetile und закон. Ich hoffe, wir sehen uns beim, dass das Harris польз macht einfache.